so willkommen bei bandisch tv ja von dach haben wir ein gewaltiges thema ist es gewaltig top es ist ja liebe freunde das war niederländisch und heißt so gut wie herzlich willkommen bei bandisch tv wir haben heute ein gewaltiges thema und zwar ein tulpen thema schaut euch mal unsere brutalen tulpen an ja die tulpen sind ein oder kommen aus der familie der liliengewächse schon gewusst ich nicht bis vor einer stunde wie die tulpe zu ihrem namen kam ist auch eine ganz fantastische geschichte denn giseline de busque busque ich weiß nicht ob man das französisch aussprechen muss ja so nannte sie so wurde sie genannt in einem brief tulipa tucarum tulpe der türkei ja und aufgrund eines übersetzungsfehlers verwechselte er den eigentlichen namen der blume die im türkischen lale heißt ja mit der türkischen bezeichnung für ihre tuban turban ähnliche blüten form typend woraus die bezeichnung tulpa entstand also wieder wahnsinniger geschichtsunterricht ja die bekannteste tulpe bzw die bekannteste bedeutung von tulpen ist die vollkommene und tiefe liebe ja da die tulpe eine klassische blume ist die seit jahrhunderten von vielen geliebt wird wurde sie mit der bedeutung der liebe verbunden ist das nicht toll und wie toll ist es wenn man diese verbundene liebe dann auch noch recyceln kann ja das sind unsere kunstblumen denn die sind natürlich gegen recycelings fähig sie sind geruchslos und ihr habt lange lange etwas davon wir haben hier fantastische tulpen für euch aufgebaut und das natürlich in was heißt natürlich aber in 66 zentimeter gewachsener höhe unsere wunderschöne blüten bestehen aus folgendem material aus feinem textilfasermaterial ja und der stiel ist aus kunststoff pe material und guckt mal wie schön lässt sich auch biegen und schaut euch jetzt mal die angerichteten nelken entschuldigung tulpen an hier bei uns in der vase ihr könnt das auch mit wasser auffüllen ja das sieht dann natürlich auch noch mal einen touch echter aus ja unsere blütenblätter die wir haben sehen natürlich auch wahnsinnig also wahnsinnig echt an und so fühlen sie sich auch an denn sie sind aus pfa material freunde ja und das ganze haben wir natürlich auch in verschiedensten farben wir gehen einmal hier runter auf die tulpen ihr seht wir haben hier weiße wunderschöne wir haben hier rötlich bis ins orange gehende tulpen und das ist ja hier also also eine richtig neckische farbe ich weiß nicht blau violett alles mögliche sieht auch toll aus wenn es richtig angerichtet wird nicht beim essen sondern beim arrangement eurer deko ecke oder das ganze in gelb und in rosa ja und das ganze kann man natürlich ganz ganz toll zusammenstellen in eine wunderschöne tolle tulpenstrauß und ich werde das für euch machen ja eure linda demohl schöne grüße an linda demohl ja dann nehme ich mir jetzt einfach mal ein paar schöne farben und zeige euch mal wie toll man ein sträußchen hier schön binden kann glaube ich heißt das im fachjargon und dann nehme ich mir jetzt einfach mal ein schönes sträuch also tulpen es ist doch wunderschön und wisst ihr wie unsere tulpen hier heißen ja dreimal darf die raten amsterdam 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 ja und in amsterdam gibt es natürlich auch schöne beiwerke so wie auch bei uns und dann machen wir was schönes jetzt muss ich natürlich hier auch wieder gucken ach guck mal das ist ja auch ganz witzig wenn ich hier was passt mal auf ich bin jetzt mal ganz kreativ und schau mal wie das alles zusammenpasst ob wir vielleicht noch einen fahren zwei mensch also ich hier war die folie noch dran ich wachse ich denke also ich muss ich muss ins blumen geschäft ich glaube ich gehe in den blumen export oder import wie heißt das so und ihr seht wie toll man also ihr könnt ihr hier alles mit rein dörgeln das ist ja der wahnsinn wollen wir noch ein bisschen farbe mit rein bringen freunde ich glaube ja und die lassen wir vielleicht als königin in der mitte so seht ihr wie toll das aussieht i love it so dann machen wir hier noch hoppala fällt schon runter ja da brauchen wir schon etwas geschick an die damen und herren in der blumen abteilung ihr macht das wahnsinnig toll bei mir sieht es noch etwas unbeholfen aus aber ihr seht wie schnell und wie toll ihr euch mit dem richtigen beiwerk einfach einen tollen strauß machen könnt ja für euch zu hause für euch im büro vielleicht wollt ihr ein bisschen farbe rein bringen ja und eine tulpe ist doch was wunderschönes so ihr könnt bei uns im shop auch natürlich noch nachgucken wir haben natürlich auch die verschiedensten geschichten einmal einen naturbast oder ein kokosnuss baumanbinder verschiedene jute bänder schaut euch das einfach an wir haben viele tolle sachen und dann könnt ihr euch was schickes zusammen machen ja ich werde jetzt schön auf dem blumenmarkt gehen in amsterdam und wünsche euch eine tolle 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 zeit herzige grüße aus bandyshausen hey weiß bescheid w